Liebe Studieninteressierte, mein Name ist Anna-Rolfin Bastian. Ich bin Professorin für Rechnungswesen, insbesondere Management Accounting am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für unseren Bachelor WIGI interessieren. Es ist ein sehr vielseitiges Programm mit vielen spannenden Schwerpunkten und einen davon, Accounting, möchte ich Ihnen heute etwas näher vorstellen. Accounting oder Rechnungswesen klingt vielleicht zunächst etwas langweilig, vor allem, wenn man darunter nur die klassische Buchhaltung oder das Erstellen von Excel-Dateien versteht. Accounting ist jedoch viel mehr als das. Accounting ist die Sprache, innerhalb der in Unternehmen kommuniziert wird. Im Accounting laufen alle Informationen bezüglich der Aktivitäten im Unternehmen zusammen und werden in quantitative Daten gebrochen. Diese Daten werden an unternehmensinterne und externe Verwender kommuniziert. Zum Beispiel an Manager im Unternehmen, die auf Basis dieser Daten Entscheidungen treffen oder an den Fiskus, der die Daten als Grundlage für die Berechnung der Körperschaftssteuer heranzieht oder an Investoren, die ihre Investitionsentscheidung auf diesen Daten basieren. Die interne Datenbereitstellung und Nutzung fällt in den Bereich Management Accounting oder internes Rechnungswesen. Je nach Verwendungszweck unterscheidet man hier zwischen entscheidungsunterstützenden und entscheidungsbeeinflussenden Informationen. Zur Entscheidungsunterstützung dienen zum Beispiel die Daten über die Kosten der Herstellung eines Produktes. Diese können verwendet werden, um über das optimale Produktionsprogramm oder die Expansion in neue Märkte zu entscheiden oder auch, um zu ermitteln, wie viele Produkte verkauft werden müssen, um kurz- oder langfristig profitabel zu sein. Wenn Daten zur Entscheidungsbeeinflussung benutzt werden, stehen Fragen wie, wie gestalte ich die Verhütung des Vorstands, sodass er sich im Interesse der Eigentümer des Unternehmens verhält oder wie kann ich Mitarbeiter in der Produktion motivieren, gute Arbeit zu leisten, im Vordergrund. Wenn die Daten an externe Adressaten übermittelt werden, befinden wir uns im Bereich des Financial Accounting oder des externen Rechnungswesens. Zu den externen Verwendern gehören Investoren, Banken oder auch der Fiskus. Diese Verwender benötigen einheitliche und klar interpretierbare Informationen, um die Leistung des Unternehmens und seine Zukunftschancen einschätzen zu können. Daher gibt es im Financial Accounting auch deutlich mehr Standardisierungen als im Management Accounting, zum Beispiel Rechnungslegungsvorschriften, nach denen Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnungen erstellt werden müssen. Im externen Rechnungswesen geht es beispielsweise um Fragen der Offenlegung. Welche Informationen müssen von welchen Unternehmen in welcher Form bereitgestellt werden? Was ist freiwillig? Was ist verpflichtend? Wie werden Vermögensgegenstände bewertet, für die es keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe gibt, zum Beispiel bei Immaterialiengütern? Accounting ist die Schnittstelle zwischen den einzelnen Funktionen im Unternehmen, aber auch zwischen dem Unternehmen und der Außenwelt. Die Interaktion der vielen Akteure wirft immer wieder neue und spannende Fragestellungen auf, beispielsweise auch im Bereich der Corporate Governance. Wie soll eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgestaltet werden und wie motiviere ich Manager im Unternehmen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen? Welche Rolle spielt der Aufsichtsrat oder der Wirtschaftsprüfer, der Fiskus oder die Gesellschaft? Sie sehen, Accounting ist viel mehr als Buchhaltung und Erbsenzählerei. Es bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Management. Wer Accounting studiert, ist bestens ausgebildet für eine Vielzahl von Jobs in der Praxis und in der Wissenschaft. Wer die Zahlen im Unternehmen versteht, interpretieren und kritisch hinterfragen kann, der kann Vorgängereinordnung und Entscheidungen treffen, kurz gesagt Verantwortung und Führungsrolle übernehmen. Unsere Absolventen arbeiten als Controller oder Wirtschaftsprüfer, sie werden CFO oder CEO in Unternehmen oder machen sich als Steuerberater selbstständig. Sie reisen als Unternehmensberater um die Welt oder kümmern sich um das Management von NGOs. Accounting gilt als krisensicher. Schließlich werden gute Accountants immer gebraucht, wenn es dem Unternehmen gut geht, genauso wie wenn es in Schwierigkeiten ist. Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse für den Studienschwerpunkt geweckt haben und Sie demnächst in einer unserer Vorlesungen oder in einem unserer Seminare begrüßen dürfen.